Schon wieder vorbei. Ich möchte nicht weiter... Da unten war auch noch einer. Weil die Kamera hier auch so gut ist, ne? Das ist unfassbar, wie gut die Kamera hier ist. Der fucking Wahnsinn, Alter. Ich hab schon wieder dezent grad nen Hals. Naja, wenigstens haben wir den einen getroffen. Es wundert mich, dass sie nicht zurückkommen. Bei Edelsteine krieg ich ja von denen auch nicht. Jedenfalls hab ich keinen Klingen gehört. Klingen gehört! Ach man, Drecks-Huren-Kiste, ey. Das war Glück. Beste Kamera der Welt! Da unten war einer in der Ecke, die man überhaupt nicht gesehen hat. Jedenfalls hat sich nach nem Schuss angehört. Ja, da war ich selbst blöd. Ach mann. Richtiges Müll-Level. Ich weiß schon, warum ich den zweiten Teil am liebsten hab. Wenn's da einfach kaum Level gibt, die mega scheiße sind. Und hier ist... Mindestens ein Drittel des Spiels besteht aus diesem Level. Und da... Tut mir leid, dass ich das sagen muss. Auch wenn viele meinen, dass der dritte am besten ist. Aber... Das ist genauso wie mit Crage. Da ist mir auch der zweite Teil am liebsten. Nein! Gut geschwommen, junger Drache! Jetzt hab ich den letzten verpasst. Elliot! Nochmal! Ist aber jetzt gut, ich weiß, dass ich nicht mehr auf die anderen aufpassen muss. Ich muss eigentlich nur bis zum Ende kommen. Ah, ist schon umgefallen. Das ist ja schön. Und die Steine fallen anscheinend auch nicht mehr runter. Aber jetzt wahrscheinlich ist es wieder der Fall. Ist das... Hier findet... Ne, doch nicht. Ah, das ist ja schön. Kamera ist wieder... Beste wo gibt. Schon wieder vorbei! Warum... wo fährst du denn hin, ey? Yo! Möglicherweise hört man gerade Mopeds. Ich wollte das Fenster eigentlich zum... Ficken. Ich wollte das Fenster eigentlich zumachen. Ähm, aber dann wird's jetzt so warm. Es ist heute sowieso total warm. Und es ist schon ein Fehler, dass ich bei mir hier drüben die Fenster zugemacht hab. Und die Balkontür auf Kipp. Aber sonst würdet ihr nur noch Autos hören. Das kann doch nicht euer fucking Drecks Ernst sein. Der fährt immer irgendwo hin, wo er gar nicht hin soll, der dumme Wichser hier. Jetzt fährt er geradeaus. Ja, ich weiß, ich sag die ganze Zeit fahren, aber er schwimmt ja eigentlich. Ich weiß, das ist mir egal. Mann, ey, sonst ist halt immer so ne riesige Hitbox, die übers ganzen Bildschirm... Und jetzt ist das... Warum ziehst du denn die ganze Zeit links, du Wichser? Er zieht die ganze Zeit nach links und das ist unfassbar. Ich bin jetzt einfach weiter grad ausgeschwommen, ne. Es kann nicht sein, dass ich jetzt schon vier oder fünfmal dem Ding vorbeigeschwommen bin, ne? Hier, hier. Endlich. So, Level ist aber immer noch nicht fertig. Ich trinke jetzt erstmal was, das gönne ich mir. So. Ich bin erstmal hier rüber. Schön direkt reingeschwoben. Oh, ich will das nicht machen. Der Sheriff hat mir versprochen, ich könnte Hilfsheriff werden. Und deshalb helfe ich mal, die Dinosaurier zu vertreiben. Na gut. Ach, Mann. Wenn du dich nur kurz beruhigen und mit dem Geschrei aufhören würdest, dann könnte ich dir erzählen, was hier los ist. Die Bailey-Band, der hat sich in dem Gebäude da drüben verschanzt. Du musst da rein und sie vertreiben. Ich glaube, das ist ein Rail-Shooter. Dann viel Glück. Mh, werde ich haben, brauchen. Ja. Rail-Shooter. Ich weiß noch ungefähr, wo sich der eine Körner-Könner befindet. Okay, das war ganz gut. Das war auch sehr gut. Ich töte hier schon die ganze Zeit die Viecher. Ich glaube, das ist besser, wenn ich hier mit einer Logistik arbeite. Das ist ein bisschen präziser, möglicherweise. Das, was mir aber hier nicht so gerade passt, ist, dass die Steuerung umgekehrt ist. Ich dachte eigentlich, da wäre woanders der Körner-Punkt. Ich dachte, der wird irgendwo oben auf dem Haus drauf rumlaufen. Ich weiß noch nicht, dass die Steuerung umgekehrt ist. was ist das jetzt super ich weiß nicht warum die bailey bande so hinter dem ei her war das sieht ihnen gar nicht ähnlich jemand muss sie darauf angesetzt haben da gibt es noch eine runde oder wie sieht das aus ich hoffe dass jetzt keine gegner herumlaufen es müsste eigentlich nur noch hier in diesem level äh das nicht eine edelsteine sein die sattchen was soll das denn hier sein sieht aber sehr danach aus dass hier keine gegner mehr kommen das ist auch sehr gut da ist nix ok dann machen wir erstmal hier wo ist das plakat da ist das plakat kenne ich nicht bestimmt auch wieder irgendein easter egg oder so ach guck mal ein ei wer bist du denn? ser... ser... sergio? ser... sergio ok 6 von 6 eiern empfehlen uns noch die edelsteins da hätten wir noch eine piste die sind ja prall gefüllt ey so... da war ja klar dass immer was ist wird einer schon zum schossen ich bin eigentlich davon ausgegangen dass der oben auf dem dach rumhampelt der könnerpunkt sheriff ich habe in erinnerung gehabt dass der komplett rot war aber gut jaaaay wir haben alles gut äh gebiet verlassen verlassung einleiten einleitende ok das ist ja nicht weit bis zum ende so mach ich jetzt ein level noch oder nicht mach ich noch oder mach ich nicht wir können uns erstmal hier aufladen das stimmt ist gar nicht auch ein anderes level dann machen wir das fluglevel erstmal hier leuchtturmring oder wie der heißt hafenrennstrecke war total anderes aber machen wir das zuerst und ähm dann mach ich schätze ich mal schluss und dann haben wir für das nächste mal dann noch das komplette ende und ein level noch ach joa zeitspiel Möwenbögenhummerfische 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 aber es ist ja sowieso wir werden eigentlich sowieso geleitet in der reihenfolge bescheiden der er Vielen Dank.